Okay, okay, okay! Wir haben's kapiert! Geht mir nicht verlaufen, Sack! Was?! Hallo?! Mit wie viel Energie starte ich's bitteschön? Vor allen Dingen, dass ich auch direkt neben den Gegnerspawn ist, Scheibenkleisterhaft. Scheibenkleisterhaft! Ja, genau! Wie viel Energie hab' ich denn? Das seh' ich am Anfang gar nicht! Was? Müsste eigentlich relativ voll sein! Und nicht so halb! Was sag' ich denn, der macht mit seinen ersten Pupsangriffen 50 Trilliarden Schaden! Was ich nicht glaube! Ich glaube, ich hab' einfach nur die Hälfte... Nö, ich hab' fast voll! Weg damit! Da kommt mir ja gar nicht klar! Ja, lass mich doch in Ruhe! eine Hälfte nochmal! Hier, bitteschön! Hier, bitteschön! Geil! Da kommt sie nicht rein! Geil! Da kommt sie nicht rein! Ja, aber das ist bitter ois! Hup! So n Gegner! Tod würdest du mal bitte richtig... Danke. Weißt du was, ich lass die Scheißwaffe jetzt liegen, gibt es sowieso 100 Trillionen davon, also von daher. Ich brauche bessere Waffen, ups, was ist das? Ja. Den Schmarrnraum sollte man immer noch verköpft. Du kannst die Schmarrnraum nicht sein. Alter, du kannst mich so gut senken. Oh. Oh. Noch jemand, der das Maul haben will. Danke. Ich... Alter! Ey, kaum kriegst du diese... Obte Waffe. Schon kommen sauviele... ...Leute auf dich zu. Die einfach mal aus... ...dem Nahkampf eins aufs... ...mett haben wollen. Nochmal so'n Scheiß-Teil. 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 Ich bin total verfranzt. Okay. Okay. Aber wisst ihr, was ich mit dem Vieh jetzt einfach machen würde? Nehmen wir das 40 jetzt regeneriert. Nehme ich doch jetzt mal stark an. Ich hab nämlich keinen Bock auf das. ... 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 Wie viele kommen denn da noch? Langsam nimmt das nämlich echt überhand. ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017